Das ist eine ganze Basis. Ja, das meine ich halt mit kann innerhalb von Sekunden einer Armee aus nichts schaffen. Platsch! Ja, und so spielt man dann untot. Oh. Hm. Ich beuge mich eurem Willen. Was ist des Schattens begegnet? Ja. 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 Die Beschwörung ist abgeschlossen. Eigentlich taugt das was. Niemand wird überleben. Ich bin hier. Ja. Mach still. Da kommt wieder was runter. Kehrtmarschmarsch. Was ist des Schattens begegnet? Ja. Ja. Soll ich jemanden aufmischen? Klar. Ja. 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 Was ist des Schattens Begehr? Was wir machen? Hoffentlich taugt das was. Möge die Dunkelheit mich leiten. So, dann verziehen wir erstmal gegen die da drüben ins Feld. Boah. Das Welt ist sterben. Äh, mal noch zwei Statuen. Die ist auch leer. Die Sylvanas mit. Das Welt. Das Welt. Das Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sehr schön Zerfleisch und sein Heist Zerfleisch und sein Heist Gehen wir mal da oben lang Was ist des Schattensbegehr? Den Lichtkönig Forschung abgeschlossen Zeigt mir ein Ziel Ich bin ganz gut Ich bin hier Ich wünsche nur Mein Schicksal ist besiegelt So, dann lassen wir hier damit Es ist eine Zeitrechnung zu begleichen Der Feind ist zurückgekehrt Genau diese Uga brauchen wir, um Van Matras zu besiegen Nein Vielleicht fragen wir ja euren Lord, was ihr dazu meint Wo ist er denn? Ihr hättet euch uns anschließen sollen, Sylvanas Euer Starsen wird euch teuer zu stehen kommen Ich habe keine Zeit Ich habe keine Zeit für Spiegel Ich bin hier Der Sieg rückt mir Das ist der glaube ich, ne? Nicht Lock Lock Äh Hm Unsere Streitkräfte werden angegriffen Quest Äh, Uga Lord Moktul Ja, das ist er Ich bin ganz So, vermöbelt Natürlich Es ist an der Zeit, Rechnungen zu begleichen Was ist es diesmal? Hm, jetzt haben wir leider keine Benchies mehr Die brauchen wir ein bisschen Euer Befehl Meister Hm Hebt den Befehl Ich bin ganz oben Bier fertig gewartet Okay Unsere Streitkräfte werden angegriffen Die Beschwörung ist abgeschlossen Ich wünsche nur zu dienen So, dann machen wir jetzt mit ein paar Benchies fertig Nun macht schon Was auch immer Kämpfen wir uns jetzt den Weg bis zum Lord frei Und? Neben meiner Schreie Die Lebenden zu Tode Gib die Ohren Gib die Ohren Was auch immer Unsere Goldmine ist eingestürzt Ich beuge mich eurem Willen Nun macht schon Nun macht schon Ach, das ist ja kein Held Flammt Unsere Streitkräfte werden angegriffen Ihr braucht meine Hilfe? Ich muss ganz kaum erwarten Warum wurde ich herbeigerufen? Hallo? Warum wurde ich herbeigerufen? Ich bin ganz froh Ich bin ganz froh Und ich bin ganz froh Ich bin ganz froh